Und jetzt ist es 17 Uhr und wir wollen pünktlich starten. Ich darf Sie im Namen der Westermann-Gruppe recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen BBOX-Basis-Webinar. Wir wollen heute die wichtigsten Details, die wichtigsten Themen mal im Überblick uns anschauen und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle dabei sind. Wir hatten schon einige Meldungen aus der ganzen Republik. Sie sehen, es sind wirklich alle vertreten und es sind tatsächlich auch alle Schularten und Fächer vertreten. Das wissen wir ja aus den Anmeldungen. Wir werden auch aus verschiedenen Fächern etwas zeigen. Wenn jetzt Ihr Fach nicht dabei ist, das macht überhaupt nichts. Das spielt überhaupt keine Rolle, dass es ja heute um die Technik geht. Die Inhalte sind natürlich immer unterschiedlich in der BBOX, aber die Technik ist überall gleich und wir geben Ihnen ja mit dem Gutscheincode, den Sie nach dem Webinar bekommen, die Gelegenheit, alles mal selbst auszuprobieren. So und jetzt habe ich noch vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Thomas Rose und unseren Referenten vorzustellen, Sascha Dinse aus Berlin. Hallo. Hallo. Ja, hallo Thomas und hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, und wir beide haben auch schon ganz viele Webinare zur BBOX miteinander gemacht und ich freue mich auf diesen heutigen Termin. Wir sind noch ein bisschen wenig, nur 153. Da fehlen noch 100 Angemeldete, aber die werden ja hoffentlich noch dazukommen. Und wir starten aber trotzdem gleich durch. Eine kleine Anmerkung vorab und jetzt muss ich mal hier meine Präsentation umschalten. Und zwar wird das Webinar heute so ablaufen, wir haben keine Fragerunde zwischendurch, sondern eine Fragerunde danach. Denn das Webinar ist ja nur angesetzt für 45 Minuten und die erste Minute habe ich auch schon verquatscht. Und nach 45 Minuten werden wir das offiziell beenden. Sie bekommen dann auch die ganzen Links, alle Informationen und wenn Sie möchten, können Sie dann auch gehen. Wer dann aber noch Fragen per Mikrofon loswerden will, kann das tun, weil ich dann die Mikrofone und Kameras freischalten werde. Jetzt bleiben die erstmal aus. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen im Chat loszuwerden. Und ich und mein Kollege Jörg Schmalhofer, den ich hier auch nochmal herzlich begrüße, wir werden dann im Chat uns um Ihre Fragen kümmern. Ja, das war es schon mit den Vorbemerkungen. Ich übergebe an Sascha Dinze und ich wünsche Ihnen allen ein anregendes, informatives Webinar. Ja, dann übernehme ich mal, so daran denken, den Sound mit freizugeben und dann gebe ich hier mal meinen Bildschirm frei. Sie sollten jetzt hier zunächst erstmal eine kleine Präsentation sehen, aber keine Sorge, wir werden nicht nur mit einer Präsentation arbeiten, sondern wir gucken nachher natürlich auch in die B-Box rein. Wie gerade schon gesagt, ist das heute das Basis-Webinar. Das heißt, wir werden heute nicht kleinteilig jede einzelne kleine Funktion der B-Box vorstellen können aus Zeitgründen, sondern befassen uns heute sozusagen mit den Basics, also mit der Basis, könnte man sagen. So, wie gerade schon gesagt von Thomas, wir haben hier folgenden Aufbau. Also es wird keine Zwischen, ich werde jetzt keine Zwischenfragen beantworten. Es sei denn, Thomas hat jetzt was ganz Dringendes, dann darf er sich natürlich jederzeit einklinken. Aber wir machen am Ende dann so eine kleine Fragerunde. Ansonsten schreiben Sie gerne im Chat Ihre Fragen. Wie gerade schon gesagt, bitte haben Sie Verständnis, dass wir natürlich inhaltlich nicht zu den annähernd 3000 B-Boxen, die es derzeit gibt, natürlich nicht jedes Lehrwerk jetzt sofort im Kopf haben. Also bei konkreten lehrwerkbezogenen Fragen können wir dann wahrscheinlich nicht sofort helfen. Gut, dann vielleicht hier erstmal ein kleiner Überblick über die verschiedenen Weiterbildungsangebote, wenn man so will. Sie sehen hier links oben das Basis-Webinar, da befinden wir uns heute gerade. Es gibt dann, wie eben schon gesagt, jeweils immer auch ein Aufbau-Webinar, immer monatlich, immer eine Woche das, andere Woche das und so weiter. Und hier rechts sehen Sie auch noch die Verweise, dass es auch noch weitere Angebote gibt rund um die B-Box, zum Beispiel Sprechstundentermine, wo Sie direkt Ihre Fragen loswerden können. Dann gibt es ein entsprechendes Webinar, ähnlich dem, was wir heute haben, wo es dann um die B-Box für Schülerinnen und Schüler geht. Das ist dieses mehr als nur ein digitales Schulbuch. Zu den beiden Versionen der B-Box sage ich dann gleich noch was. Also hier sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben bei den Angeboten. Und wie schon gerade gesagt, Sie erhalten ja am Ende des Webinars, ich glaube, das geht vollautomatisch mittlerweile an Ihre E-Mail-Adresse, einen Link, wo Sie all diese Informationen dann nochmal zusammengefasst finden. Es entgeht Ihnen also nichts, selbst wenn Sie jetzt mal kurz im Webinar hier den Platz verlassen müssen. Das sollte alles passen. Gut, dann schauen wir uns vielleicht grundlegend erstmal an, wie die B-Box-Lehrwerke denn aufgebaut sind. Sie sehen in der Mitte diese Trennlinie und wir haben links die B-Box-Version für Schülerinnen und Schüler und auf der rechten Seite die Version für Lehrkräfte. Wir befassen uns heute mit der Version für die Lehrkräfte. Die kommt, wie Sie das hier auch schon angedeutet sehen, nicht nur mit dem digitalen Schulbuchteil. Sie sehen, der ragt hier auch in die Schüler-B-Box rüber. Das heißt, die B-Box für Schülerinnen und Schüler kommt auch mit dem Schulbuchanteil. Aber Sie sehen hier in der Lehrkrafts-B-Box gibt es dann eben ein umfangreiches Materialienpaket. Da können wir nachher mal kurz reinschauen, wie das funktioniert. Und Sie können darüber natürlich auch eine Schülerverwaltung aufrufen, mit der Sie wiederum die Schüler-B-Boxen konfigurieren können. Das ist erstmal so die Basislösung. Wir schauen uns wie gesagt heute die B-Box aus der Perspektive der Lehrkräfte an und gucken uns die Kernfunktionen an. Sie werden an einigen Stellen feststellen, deswegen die nächste Folie, dass sowohl in der Lehrkrafts-B-Box dann hier entsprechende Erweiterungsmodule drin sind. Da können Sie noch zusätzliche Materialien erwerben. Und in den B-Boxen für Schülerinnen und Schüler gibt es dann entsprechend auch interaktive Übungen. Das vertiefen wir heute an der Stelle nicht. Dafür gibt es jetzt demnächst, ich bin gar nicht genau sicher, wann das losgeht, im September, glaube ich. Thomas, korrigiere mich gerne. Gibt es dann auch solche Veranstaltungen zu den interaktiven Übungen? Also so Webinare, wo Ihnen die nochmal ein bisschen genauer vorgestellt werden. Wir bleiben heute aber gewissermaßen hier auf der rechten Seite dieser entsprechenden Matrix. Jede B-Box, jedes Lehrwerk besteht immer aus einem Schulbuchanteil. Das ist hier die violette Linie und dann entsprechend aus den Materialien und so weiter. Die Lehrwerke der Schülerinnen und Schüler enthalten keine Materialien, also in den meisten Fällen, sondern nur den Schulbuchteil. Das soll an der Stelle vielleicht kurz reichen fürs grobe Verständnis. Die Lehrwerke, die wir uns nachher angucken, sind, wie gesagt, welche für Lehrerinnen und Lehrer. Was kann in so einer B-Box enthalten sein? Ich zeige Ihnen dazu auch gleich einen Videobeitrag. Aber zunächst hier sehen Sie einmal, da kann im Prinzip alles Mögliche dabei sein, von Arbeitsblättern im Word-Format, PDF-Dateien, ansonsten auch Audio-Videomaterial. Sie können auch eigenes Material in die B-Box hochladen. Das zeige ich Ihnen nachher auch gleich, damit Sie den Pool der mitgelieferten Materialien entsprechend erweitern können. Und ich würde Ihnen jetzt mal gleich ein Beispiel liefern. Und zwar schalten wir hier mal in die B-Box-Ansicht. Das ist hier das virtuelle Bücherregal. Dazu verliere ich nachher noch das ein oder andere Wort. Und wir gehen mal in ein Lehrwerk rein. Jetzt haben wir hier das Bumblebee vor uns. Zu der Oberfläche erläutere ich Ihnen nachher noch was. Und ich habe hier schon mal ein Video hochgeladen unter mein Material, was ich Ihnen jetzt gleich vorführen möchte. Und so können Sie sich das quasi auch vorstellen. Wenn Sie also Audio-Videomaterial oder andere Materialien haben, können Sie die einfach in Ihre B-Boxen hochladen und die stehen Ihnen dann auf all Ihren Geräten auch zur Verfügung. Ja, dann hoffe ich mal. Thomas, gibt gerne Rückmeldung, falls das jetzt zu laut oder zu leise ist. Das muss ich noch mal ein bisschen justieren. Ich würde jetzt mal diesen Videoclip abspielen. Der geht irgendwie eineinhalb Minuten oder so, wo Ihnen noch mal etwas ausführlicher beschrieben wird, wie das mit den Materialien in der B-Box funktioniert. Eine häufig gestellte Frage lautet, welche Materialien für Lehrkräfte gibt es in der B-Box? Und wir werfen da mal einen kurzen Blick rein. Sie finden diese Materialien immer auf der rechten Seite. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie unterschiedlich diese Materialien sein können. Das sind zum Beispiel Arbeitsblätterlösungen, Videos, Tafelbilder und Unterrichtsinweise. Das kann aber auch ein Medienpool sein mit Leistungsfeststellungen. Das können Lernerfolgskontrollen sein oder ganz viele Arbeitsblätter. Und in diesem Beispiel von Denken und Rechnen, da sehen Sie ganz unten auch noch Erweiterungsmodule und interaktive Übungen. Diese Erweiterungsmodule und interaktive Übungen gibt es aber auch für andere Lehrwerke in anderen Jahrgangsstufen. Und zum Abschluss noch ein Beispiel aus dem Fach Englisch für die Oberstufe. Hier finden Sie neben Audios und Videos dann auch Sprechprüfungen und Klausuren, um dann eben auf das Abitur vorzubereiten. Was sich nun hinter den einzelnen Kategorien verbirgt, das ist ganz unterschiedlich, denn Bildmaterial in der Biologie ist naturgemäß ganz anders als im Fach Deutsch und wiederum anders als in der Grundschule. Und da habe ich hier ein Beispiel mit Anlautkarten für Sie. Sie sehen also, die Materialien innerhalb der B-Box sind von Lehrwerk zu Lehrwerk sehr unterschiedlich und es ist sehr empfehlenswert, einfach mal in die Demo-Bi-Box hineinzuschauen, um zu entdecken, was alles in Ihrer B-Box für die Sie sich interessieren, enthalten ist. Vielen Dank fürs Zuhören. So, ich hoffe, das war für alle gut verständlich, nicht zu leise oder zu laut. Das war ein kleines Intro zu den Materialien und zeigt auch gleich, wie Sie selbst eben mit eigenem Material arbeiten können. Wenn Sie also zu Hause am Rechner per OBS oder irgendeiner Software ein Erklärvideo aufnehmen für Ihre Schülerinnen und Schüler, können Sie das ganz einfach in Ihre B-Box hochladen und dann im Unterricht verwenden oder sogar über die Schüler-Bi-Boxen dann an Ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. So, ich lasse die B-Box hier schon mal offen, aber bevor wir uns jetzt komplett in die Live-Vorführung stürzen, vielleicht noch kurz ein Wort zur Technik. Wir reden ja über eine digitale Lernlösung, das heißt, Sie benötigen zum Betrieb der B-Box irgendein digitales Endgerät, wie man immer so schön sagt, also einen Rechner, einen Laptop, ein Tablet, meinetwegen auch ein Smartphone, wenn Ihnen das nicht zu klein ist. Die B-Box läuft im Grunde auf allen halbwegs aktuellen Geräten. Es gibt zwei Möglichkeiten, die B-Box zu verwenden und zwar einmal können Sie die B-Box direkt im Browser verwenden, also wenn Sie Ihren Google Chrome oder was immer Sie verwenden aufmachen, können Sie sich direkt über die B-Box-Website im Browser einloggen. Da müssen Sie also dann in dem Fall nichts auf Ihrem Rechner installieren, das ist also sehr pflegeleicht, aber Sie benötigen dafür natürlich eine permanente Internetverbindung. Das ist so ein bisschen der kleine Haken dabei. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist nämlich die Lösung, die ich Ihnen hier zeige, die B-Box auf Ihrem Rechner zu installieren als Software gewissermaßen, die Sie dann nach Belieben einfach starten können. Diese Variante hat den entscheidenden Vorteil, dass Sie dabei Ihre Lehrwerke, die Sie im Unterricht brauchen, auf Ihren Rechner herunterladen können und die B-Boxen dann auch verwenden können, wenn Sie beispielsweise keine Internetverbindung haben. Die sogenannte Offline- oder Download-Variante wäre also dann empfehlenswert, wenn Sie wissen, dass in der Schule vielleicht die Netzverbindung nicht optimal ist. Auf der Website bbox.schule, das ist die, die Sie hier gerade sehen, ich zoome vielleicht mal ein bisschen raus, dann sieht man ein bisschen mehr. Auf dieser Website finden Sie zum einen hier oben die Option anmelden. Das wäre der Zugang zur Browser-basierten Version. Wenn ich das also mache, öffnet sich die B-Box dann danach direkt hier in meinem Google Chrome. Oder alternativ finden Sie hier unten die Download-Version der B-Box. Das ist die Version, die Sie wie ein reguläres Programm auf Ihrem Rechner installieren können. Da gehen wir mal rauf, schauen uns das mal kurz an, wie das hier quasi aussieht. Sie finden hier einmal für Windows, einmal für Mac und hier unten auch noch für Linux das entsprechende Programm. Das können Sie kostenfrei herunterladen, können Sie gerne im Nachgang der Veranstaltung auch machen. Und dieses Programm installiert sich dann ganz regulär wie ein normales Programm unter Windows oder macOS. Und Sie können es dann auch ganz normal ausführen. Und wie gesagt, diese Installation, die ist nur einmalig nötig. Sie laden das einmal runter, installieren das und dann haben Sie die B-Box auf Ihrem Gerät sozusagen. Parallel gibt es die B-Box selbstverständlich auch als native App für iOS und Android-basierte Geräte. Hier entsprechend mit QR-Code, damit Sie da direkt hingelangen. Bei den Varianten für Mobilgeräte, da können Sie quasi auch die App installieren und laden auch dort Ihre Lehrwerke erst auf das Gerät herunter. Und dann stehen die Ihnen auch zur Verfügung, wenn Ihr iPad beispielsweise keine Internetverbindung mehr hat. Das ist also für den Einsatz in der Schule tatsächlich die empfehlenswertere, weil weniger störanfällige Variante. Wenn Ihnen sonst nämlich alle paar Minuten das WLAN irgendwie wegbricht, dann macht das in der Browser-basierten Variante wenig Spaß. Wenn Sie die B-Box über den Browser starten, muss der Browser natürlich permanent Daten vom Server laden. Ja, also die Download-Version wäre in der Tat meine Empfehlung. Das ist auch die, die wir uns heute überwiegend anschauen. Und das ist auch vielleicht gleich das Stichwort. Jetzt switchen wir nämlich mal rüber in die Download-Version. Das ist, wie Sie hier sehen, ein ganz reguläres Programmfensterchen. Sie können über das Startmenü hier unten die B-Box auch, wie Sie hier sehen, ganz normal als App starten unter Windows. Die verhält sich ganz genau so wie Word und alle anderen Programme. Das, was Sie immer sehen, wenn Sie die B-Box starten, ist diese Ansicht hier. Völlig egal, ob Sie die Browser-Version, die Download-Version oder die App-Version am Wickel haben. Völlig egal. Sie landen immer zunächst im virtuellen Bücherregal. So, und in diesem Bücherregal sehen Sie all Ihre Lehrwerke. Wir gehen jetzt nicht im Detail auf die einzelnen Funktionchen ein, die es hier gibt. Das finden Sie dann sowohl im Aufbauseminar nächste Woche, ich glaube, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, wenn mich nicht alles täuscht, nächste Woche. Und auch in dem schon angesprochenen Link, den Sie am Ende des Webinars kriegen, finden Sie auch noch mal die ganzen Infos. Wir halten das jetzt hier etwas kurz. Ich werde Ihnen heute mal einen Blick in ein paar Lehrwerke gewähren, damit Sie einen Überblick bekommen, wie die B-Box grundlegend aufgebaut ist. Thomas hatte das eingangs ja schon gesagt, ich mache hier mal eine B-Box auf, dass die Lehrwerke natürlich fach- und jahrgangs- und bundeslandspezifisch inhaltlich sich natürlich unterscheiden. Der strukturelle Aufbau, die Technik dahinter ist aber überall gleich. Damit Sie mir das auch glauben, zeige ich Ihnen einmal kurz hier das Bumblebee. Wir haben immer hier links den Lehrbuch-Part. Das ist also der Schulbuch-Anteil an einer B-Box. Da können Sie durchblättern, wie Sie lustig sind. Wir haben immer hier rechts, wie auch im Video gerade gesehen, den Materialien-Teil, hier unten eine Suchfunktion und eine Werkzeugleiste. Wenn ich jetzt eine andere B-Box öffne, zum Beispiel hier das Dierke Erdkunde-Lehrwerk, dann werden Sie feststellen, der Aufbau, die Struktur, die Funktionen sind komplett identisch. Natürlich ist der Lehrbuchaufbau und auch die Materialienzusammenstellung fachspezifisch ein bisschen anders, logisch. Aber der Rest funktioniert komplett analog. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn wir uns heute nur diese vier Lehrwerke hier mal kurz vorknüpfen. Sie können nach dieser Schulung quasi mit Ihrem Lehrwerk ganz normal arbeiten, völlig egal, welches Fach oder welche Schulform Sie dort entsprechend bedienen. So, wir schauen uns jetzt mal kurz an, wie Sie in einer B-Box navigieren können. Wie gesagt, so die Basisfunktionen, damit das alles ein bisschen funktioniert. Sie haben also linker Hand immer den Lehrbuchteil. Das ist natürlich wie ein Buch von vorne nach hinten aufgebaut, endet hier mit dem Impressum. Und wir sehen hier oben, das sind insgesamt, Moment, hier in der Seitenanzeige sieht man es, 73 Lehrbuchseiten. Hier stehen auch die entsprechenden Zahlen drin. Sie können, um zu navigieren, entweder direkt hier linker Hand die Kapitel anspringen, indem Sie die aufklicken. Und Sie sehen, darunter sortiert sind dann die entsprechenden Unterseiten. Da können Sie sich durchklicken, wenn Sie das möchten. Wenn Sie lieber blättern möchten, wie Sie das aus dem analogen Buch vielleicht kennen, geht das selbstverständlich auch. Wir haben hier unten neben der Werkzeugleiste zwei Pfeil-Symbole. Da kann ich, wie Sie sehen, derzeit immer doppelseitig vor und zurück blättern. Sie können alternativ das Blättern auch hier oben neben der Seitenanzeige verwenden. Sie können auch in die Seitenanzeige direkt reinklicken. Dann geben Sie eine Seitenzahl ein und bestätigen mit Enter. Ja, dann sind Sie da entsprechend auf der Seite. Es gibt auch die Option, Lesezeichen zu verwenden. Da gehen wir quasi beim Aufbauseminar noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Das ist jetzt aber auch nichts, was Sie sich nicht selbst erschließen können, wenn Sie damit einmal experimentiert haben, wie die Lesezeichen funktionieren. Sie sehen nämlich hier unten die Lesezeichensuche. Da würden Sie all Ihre gesetzten Lesezeichen dann wiederfinden. Aber das vielleicht erst mal ganz, ganz grob. Sie können entweder die Kapitel anspringen oder blättern, Seitenzahl eingeben. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle erst mal reichen. So, Sie finden natürlich hier neben den Funktionen zum Blättern und so weiter, hier unten in der Werkzeugleiste auch eine ganze Reihe von Funktionen. Einige davon möchte ich Ihnen ganz kurz mal ein bisschen genauer vorstellen. Wir suchen uns mal eine Seite aus, wo ein bisschen Platz ist. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Möglichkeit, dass Sie eigenen Text auf diese Seiten in der B-Box schreiben können. Das wurde lange gewünscht aus der Gemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer, die die B-Box verwenden und es gibt jetzt seit geraumer Zeit eine Funktion dafür. Hier unten in der Werkzeugleiste sehen Sie dieses gerahmte A und das ist sozusagen so eine kleine Textbox, die wir in der B-Box verwenden können. Angenommen, ich möchte hier einen textlichen Hinweis reinschreiben, dann klicke ich hier auf das Feld, kann jetzt hier festlegen, welche Schriftgröße, welche Schriftfarbe. Ich lasse das mal auf Standard und wenn ich jetzt hier rein klicke in die B-Box, dann kann ich, Moment, hier steht mein Text, wollte ich schreiben. So, dann kann ich Text reinschreiben. Sie sehen, jetzt sieht das ein bisschen merkwürdig aus, das ist kein Problem. Sie können die Größe dieser Box hier jederzeit verschieben und können damit sehr einfach, und das geht natürlich auch an verschiedenen Stellen, das geht nicht nur an einem, an einer Stelle, sondern an beliebig vielen, können Sie Ihren Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts oder schon vorbereitet weitere Instruktionen oder Hilfestellungen zu den Materialien geben. Per Doppelklick können Sie hier jeweils auch nachträglich die Schriftgröße ändern. Wenn es einfach nicht groß genug ist, dann machen Sie den Text einfach entsprechend größer. Sie merken schon, hier habe ich gar nicht so viel Platz auf der B-Box, um das alles abzubilden. Sie können auch die Textfarbe rückwirkend ändern, damit das besser ins Auge fällt und können damit sehr praktisch arbeiten. Löschen können Sie den Text, indem Sie ihn ebenfalls doppelt anklicken und dann hier oben die Mülltonne betätigen. Die Mülltonne werden Sie sowieso an einigen Stellen in der B-Box sehen. Vielleicht schon ein kleiner Teaser zum Aufbau-Seminar. Die Mülltonne ist immer das universelle Symbol für Dinge löschen, sozusagen, können Sie sich das vorstellen. So, dann kommen wir zu zwei Funktionen, die Sie im Unterricht wahrscheinlich relativ häufig verwenden werden, wenn Sie die B-Box einsetzen. Ich suche mal gerade nach einer Seite, wo es ein bisschen mehr Text gibt. Ja, das hier könnte helfen. Es gibt in der B-Box hier unten zwei Funktionen, die für Sie vielleicht besonders interessant sein können. Nämlich einmal hier das Text-Kopier-Werkzeug. Text aus Buchseite kopieren heißt das. Und das beschreibt eigentlich schon sehr umfassend, was man damit tun kann. Sie können mit dem Text-Kopier-Werkzeug nämlich Text in der B-Box markieren. Zum Beispiel, so wie ich das hier gerade mache, mit gedrückter Maustaste. Wenn Sie die Maustaste loslassen, dann sehen Sie den Text erstmal hier so ein bisschen in so einer Art Zwischenablage. Und wenn ich jetzt auf Kopieren gehe, dann bekomme ich hier oben die Meldung, aha, der Textausschnitt wurde in die Zwischenablage kopiert. Mit Zwischenablage ist jetzt hier die Ablage meines Betriebssystems gemeint, also Windows. Wenn Sie das auf einem iPad machen, dann liegt der Text halt in der Zwischenablage des iPads. Wenn ich jetzt Word starte beispielsweise oder Pages auf Mac oder PowerPoint oder was immer Sie möchten und ich erstelle hier ein neues Dokument, dann kann ich jetzt einfach per Einfügen, also entweder hier per Rechtsklick einfügen oder per STRG-V den entsprechenden Text nun ja einfügen. Und was Sie jetzt feststellen, nicht nur ist das genau der Text, den wir gerade aus dem Englischbuch kopiert haben, sondern das ist ein vollständig bearbeitbarer Text. Das heißt, Sie können und dürfen, was ja eigentlich die wichtigere Nummer ist, Sie können und dürfen aus der B-Box offiziell Texte herauskopieren, um mit denen beispielsweise eigenes Arbeitsmaterial zu erstellen, eigene Arbeitsblätter, Präsentationen und so weiter. Es gibt allerdings zwei kleine rechtliche Dinge, an die Sie bitte denken, wenn Sie das tun. Sie dürfen alles Material, auch Bildelemente, Materialien aus der B-Box entnehmen, das rekombinieren, umschreiben, wie Sie wollen. Aber das Ergebnis Ihrer Mühen darf dann immer nur Ihrer Schulklasse zugänglich sein. Das dürfen Sie also nicht auf einer Lernplattform öffentlich zum Download stellen. Das hat natürlich Lizenzgründe. Wenn Sie Inhalte aus der B-Box verwenden, dann dürfen Sie die nur für Ihre Schulklasse verwenden. Stellen Sie also bitte Ihre Inhalte dann gegebenenfalls hinter ein Passwort. Wenn Sie die irgendwo auf Lernplattformen oder derartiges hochladen, dann sind Sie da auf der sicheren Seite. Die zweite Geschichte bezieht sich generell auf das Verwenden von Inhalten, die Sie aus Lehrmaterialien entnehmen. Sie sind in der Praxis bestimmt schon mal mit dem Fotokopiervertrag in Kontakt gekommen. Das ist eine Regelung im Urheberrecht und die besagt, dass aus Lehrmaterial 15 Prozent maximal aber 20 Seiten herauskopiert werden dürfen, um die beispielsweise an Schülerinnen und Schüler weiterzugeben in Kopie. Das betrifft auch digitale Lehrwerke. Was Sie also nicht dürften, wäre jetzt die die kompletten Texte aus einer B-Box oder alle Bilder per Screenshot in ein PDF zu kleben. Das wäre etwas zu viel des Guten. In der Praxis werden Sie wahrscheinlich an diese Grenze gar nicht anstoßen. Denn meist nimmt man ja nur kleine Schnipselchen für eine Präsentation oder wenn Sie den Text umschreiben oder sowas, dann ist das auch nicht mehr so dramatisch. Aber was Sie eben nicht dürfen, wäre ganze B-Box-Seiten auszuschneiden. Da kommen wir nämlich gleich zu. Das können Sie mit der Schere beispielsweise machen. Da sollten Sie dann ein bisschen darauf achten, dass Sie da nicht an die Grenze stoßen. So, diese Texte, wie gesagt, sind komplett bearbeitbar und Sie dürfen also nach Belieben die Texte verändern und können dann Ihre neuen Dokumente, die Sie erstellt haben, auch wieder ganz regulär in die B-Box hochladen. Das zeige ich Ihnen nachher auch noch, wie Sie das machen. Das ist eine sehr praktische Funktion. Genauso habe ich das mit dem Video vorhin zum Beispiel auch gemacht. So, das vielleicht so ein bisschen die Funktion des Textkopierwerkzeugs. Dann suche ich mal eine Seite. Ja, nehmen wir mal hier die Grafik und erkläre Ihnen noch ein zweites Werkzeug, nämlich die Schere. Bei dem Symbol Schere wird uns, glaube ich, relativ schnell klar, damit kann ich vermutlich Dinge ausschneiden. Und so ist es auch. Allerdings können Sie mit der Schere eben keine Texte kopieren, sondern Stücke aus dem Bild, wenn Sie so wollen, rausschneiden. Also quasi einen Screenshot machen. Ich könnte jetzt also hier die Schere verwenden und könnte beispielsweise hier mit gedrückter Maustaste dieses Bildelement markieren. Wenn ich die Schere loslasse, dann sehe ich das hier in der Vorschau. Ich könnte das jetzt hier noch umbenennen, wenn ich das möchte. Ich könnte dieses Bild jetzt über den Punkt Speichern meinen eigenen Materialien in der V-Box hinzufügen. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte es ebenso in die Zwischenablage kopieren. Das machen wir mal. Hier steht jetzt, Bildausschnitt wurde in die Zwischenablage kopiert. Das kennen wir schon. Und demzufolge kann ich jetzt per STRG-V meine Grafik in mein Word-Dokument einfügen. Und hier können Sie die wie ein ganz normales Bild bearbeiten, wenn Sie das möchten. Das heißt, mit dem Scherenwerkzeug dürfen Sie und können Sie beliebige Elemente, ich kann also hier jetzt auch diese Raster ausschneiden, wenn ich das will, können Sie beliebige Elemente aus der V-Box heraus lösen. Sie müssen dafür natürlich, wenn Ihnen das jetzt zu umständlich ist, nicht diese Schere benutzen. Sie kennen ja in Windows beispielsweise vielleicht das Snipping Tool. Das ist sozusagen das Board-Ausschneidewerkzeug, was Windows mitbringt. Das können Sie natürlich genauso verwenden, ganz wie Sie möchten. Denken Sie aber bitte an diese 15 Prozent beziehungsweise maximal 20 Seiten Klausel. Was Sie nämlich, wie gesagt, nicht dürfen, wäre hier ganze Seiten ausschneiden und die dann in ein PDF reinkleben. Das würde dann nicht mehr in Einklang mit der Regelung stehen. So, das vielleicht grundlegend erst mal zum Ausschneiden. Dann wenden wir uns mal den Materialien zu. Wie gesagt, Lehrbuchpart, das ist, glaube ich, relativ klar. Das ist aufgebaut wie ein Lehrbuch, chronologisch mit Kapiteln. Die Materialien sind die zweite Komponente einer jeden V-Box. Die finden wir hier auf der rechten Seite. Das kann, wie gerade schon gesagt, von V-Box zu V-Box sehr unterschiedlich sein. Schauen Sie sich mal hier die Listung der Materialien an. Ich springe jetzt mal hier in das Flex und Flow. Dann werden Sie feststellen, das sieht ähnlich aus. Ja, aber es kann sein, dass sich das hier ein bisschen unterscheidet. Gerade auch die Anteile oder die die Anzahl der Materialien kann sich da unterscheiden. Die Funktionsweise ist aber wiederum bei allen Sachen identisch. Ja, Sie können Materialien überall gleich verwenden. So, dann schauen wir uns mal an, wie das vielleicht funktioniert, wenn wir jetzt hier auf die Kopiervorlagen oder fangen wir mal oben mit den Kommentaren an. Wenn wir uns hier die Materialien anschauen, stellen wir erst mal fest, aha, die liegen hier im PDF-Format beispielsweise vor. An dem kleinen Symbolchen hier erkennen Sie auch immer, um was für einen Medientyp sich das handelt. Bei den Kopiervorlagen haben Sie PDFs und hier auch kleiner Teaser zum Aufbau-Webinar editierbare Arbeitsblätter, die Sie mit einem hübschen Editor im Browser danach belieben anpassen können. Das zeigen wir Ihnen aber beim nächsten Mal. Und ansonsten kann sich in so einer Kategorie, Sie merken, das sind hier eine ganze Menge, können sich alle möglichen Arten von Mediendateien befinden. Ob jetzt interaktive Tafelbilder, Sie ahnen es, Aufbau-Webinar oder Videodateien oder Audiodateien, die haben alle hier ihre kleinen Piktogramme. Ich scrolle mal kurz runter, ob hier irgendwo Videos, hier sind Videos, ja. Ich zeige Ihnen auch gleich mal, wie die verschiedenen Medientypen sich verhalten, wenn Sie die verwenden. Angenommen, Sie haben eine Doc-Datei, eine Doc-Datei entwickelt, die Sie verwenden wollen. Sie brauchen jetzt irgendwie ein Transkript für ein Video und wollen das verwenden. Wie funktioniert das? Ganz einfach, wir klicken hierauf und dann haben wir hier die Option öffnen, freigeben, platzieren. Ganz kurz, das freigeben, damit können Sie dieses Dokument an Ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben, sofern die die Schüler-BiBox verwenden. Machen wir heute nicht, gibt es extra Webinare zu. Öffnen, das machen wir gleich. Platzieren, schon mal kleiner Spoiler, das Platzieren bedeutet, dass Sie entsprechend das Dokument sich auf einer Seite im Lehrbuch der BiBox schon mal bereitlegen können, damit Sie das für den Schnellzugriff zur Verfügung haben. Wir öffnen jetzt das Dokument. Achten Sie mal bitte darauf, was passiert. Aha, wir stellen jetzt fest, dass sich der englische Text in Word geöffnet hat. Das war ja auch eine Doc-Datei, also eine Word-Datei. Office-Dateien, also sowas wie Word, Doc, Excel, PowerPoint, ODT, PDF und so weiter, werden auch immer so geöffnet, dass die ans Betriebssystem übergeben werden und dort startet dann sozusagen das Standardprogramm für diesen Dateityp. Hätte ich jetzt hier also nicht Word installiert, sondern LibreOffice, dann hätte sich jetzt LibreOffice geöffnet. Auf dem Mac würde sich gegebenenfalls Pages öffnen automatisch. So können Sie sich das vorstellen. Diese Arbeitsblätter, besonders die im Word-Format, die als offene Dateien vorliegen, wie Sie sehen, die können Sie auch komplett bearbeiten. Sie dürfen das auch unter der Prämisse, dass das Ergebnis Ihrer Arbeit nur Ihrer Schulklasse zugänglich ist. Sie erinnern sich dunkel. Und keine Sorge, das was wir hier mit dem Arbeitsblatt anstellen, das tut dem Original in der BiBox gar nichts. Wir haben uns hier jetzt quasi eine eigene Kopie auf den Rechner runtergeladen. Sie können also hier nach Herzenslust Bilder rein kopieren, die Sie vielleicht noch in der Zwischenablage haben. Sie dürfen den Text umschreiben, wie Sie wollen. Und dann können Sie das Arbeitsblatt zunächst als neues Arbeitsblatt auf Ihrem Rechner abspeichern, um es dann im übernächsten Schritt sozusagen wieder in die BiBox hochzuladen. Dazu kommen wir aber noch. Ja, vielleicht hier nur die Info. Sie können Materialien wie Arbeitsblätter ohne Probleme öffnen, dürfen die auch bearbeiten, wie sie lustig sind und können die dann als neue Version wieder in die BiBox hochladen. Das vielleicht soweit zu Office-Dateien. Wie funktioniert das jetzt mit Audio- und Videodateien? Ein bisschen anders, denn die BiBox gibt Audio- und Videodateien direkt in der BiBox wieder, wie Sie gleich sehen beziehungsweise hören werden. Wenn ich eine Audiodatei öffne, achten Sie mal darauf, was passiert. Sie sollten jetzt theoretisch auch gleich was hören. So, ich ziehe das jetzt hier mal runter, sonst rede ich da drüber. Sie sehen, die BiBox bringt einen eigenen kleinen Audio-Player mit. Den kann ich hier auch oben und unten platzieren, wie ich möchte. Und während der läuft, können Sie sogar ganz normal in der BiBox weiter navigieren, wenn Sie das wollen und den Text zum Beispiel für Ihre Schülerinnen auch nochmal anzeigen. Videodateien verhalten sich ganz ähnlich. Wenn ich hier also durch das Projektor-Symbol, sehen Sie hier markiert eine Videodatei, mir schnappe und die öffne, dann werden Sie gleich sehen und hören. Ich hoffe, Sie hören es. Moment, jetzt müsste gleich der Ton beginnen. Hi, I'm Liam. I live in Atlanta. A typical school day for me looks like this. So, Sie haben gehört und gesehen, hoffe ich, das Video wird direkt in der BiBox wiedergegeben. Das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn Sie mit eigenem hochgeladenen Material arbeiten. Achten Sie darauf, wenn Sie mit Video- und Audio-Material arbeiten, würde ich Ihnen empfehlen, speichern Sie Audio-Material im MP3-Format und Video-Material im MP4-Format. Das sind nämlich zwei Formate, die die BiBox direkt selbst wiedergeben kann. Dann können Sie das genau so machen, wie wir es eben gesehen haben. Das ist dann kein Problem, wenn Sie also irgendwelche kleinen Erläuterungen oder Podcasts oder was immer aufnehmen als MP3. Alles Video-Formatige als MP4. Sie haben 500 MB Speicherplatz pro BiBox zur Verfügung für Ihre Materialien. Da kommen wir gleich noch dazu beim Hochladen. Das zeige ich gleich noch. Häufig kommt die Frage, wie man denn rauskriegen kann, was in einer BiBox an Materialien enthalten ist. Dazu können Sie, Moment, jetzt muss ich mich selber hier mal durchklicken, können Sie auf der Westermann-Seite, beziehungsweise wenn Sie, wenn wir wieder auf die BiBox-Seite gehen, können Sie hier oben zum Beispiel in der Suche den gewünschten Namen der BiBox eingeben. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine BiBox zum Praxissprache, dann können Sie natürlich Ihr Bundesland und alles Mögliche noch eingeben. Ich suche jetzt einfach mal allgemein danach. Und angenommen, wir hätten jetzt hier unser Lehrwerk gefunden, wir hätten jetzt das Lehrwerk für Sachsen, Praxissprache 7, dann können Sie zum Beispiel hier gleich ganz fix in die Demo-Version gelangen. Sie finden die Demo-Version ansonsten am Fuß der Beschreibung der einzelnen Boxen. Ich will Ihnen nur mal kurz zeigen, wie sie in die Demo, wie die Demo-Version aussieht. Also wenn Sie nicht genau wissen, welches Material Sie hier erwartet oder wie die BiBox aufgebaut ist, können Sie hier auf Demo öffnen klicken. Und jetzt sehen Sie gerade, dass die BiBox sich direkt in meinem Browser, in meinem Google Chrome öffnet. So sieht nämlich die Browser-Version der BiBox aus. Und Sie merken, die sieht ja genau gleich aus. Und hier können Sie jetzt reinschauen, wie die das Lehrwerk aufgebaut ist. Sie kriegen allerdings in der Demo-Version immer nur, ich glaube, ein Drittel oder sowas des Materials angezeigt. Da ist auch so ein Wasserzeichen drauf. Aber um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, was dabei ist, besonders auch hier einen Blick auf die mitgelieferten Materialien zu werfen, ist die Demo-Version eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit. Sie kaufen also nicht die Katze im Sack gewissermaßen, sondern Sie können sich direkt hier über die Lehrwerke auch informieren. Na, ansonsten, wie das mit den Lizenzen funktioniert, das verschieben wir dann auch entsprechend auf die Nachbereitung. Die Info bekommen Sie dann in dem Link. Und ansonsten gibt es die Demo-Versionen. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Einschub und gehen auf www.westermann.de. Oben im Suchfeld bitte den genauen Titel eingeben oder die ISBN, die Bestellnummer, die auf der Rückseite des Buches ist. Dann wählen Sie einfach das genau passende Lehrwerk aus und klicken dort auf das Symbol der BiBox. Und jetzt finden Sie in der linken Navigation die Demo-Version oder auch wenn Sie ganz nach unten blättern, dort ist auch die Demo-Version zu finden und die kann man dann einfach direkt starten. Man muss sich dafür nicht anmelden. Das erscheint dann relativ schnell und hat dann die Möglichkeit, das alles sich mal anzuschauen. Problem. So, jetzt möchte ich Ihnen in der BiBox, kurz bevor wir dann auch zum Schluss kommen werden, noch zeigen, wie Sie denn, Moment, wir müssen noch mal ins Bumblebee, wie Sie denn eigenes Material hochladen können. Dieses Material, was Sie in die BiBox hochladen, steht Ihnen dann auch auf all Ihren Rechnern und Geräten zur Verfügung, auf denen Sie die BiBox nutzen. Sie können Ihre BiBox nämlich untereinander synchronisieren. Dazu kommen wir gleich noch. So, Material hochladen haben wir hier unten als Funktion. Da klicken wir drauf und dann landen wir in diesem Dialog und hier steht auch, dass wir pro Lehrwerk 500 Megabyte Speicherplatz zur Verfügung haben. Sie können natürlich Ihr hochgeladenes Material auch wieder löschen, damit Sie den Speicherplatz wieder frei machen. Der ist also nicht irgendwann voll, sondern Sie können da immer löschen und wieder neu hochladen. So, jetzt muss ich zunächst einfach die Datei von meinem Rechner auswählen. Ich nehme hier immer mein PDF. Das ist quasi immer mein Standarddokument, was ich nehme. Und ich kann dem Dokument jetzt hier einen Titel geben. So, da würde ich Ihnen empfehlen, einen Titel zu wählen, der Ihnen auch nach vier Wochen noch erklärt, worum es in dem Dokument geht. Wenn Sie da einfach nur reinschreiben Dokument 123, dann reicht das vielleicht nicht. So, jetzt gehen wir auf Weiter. Jetzt müssen wir unser Dokument einer Materialienkategorie zuordnen. Sie sehen, das sind die gleichen, die wir hier rechts haben. Ich packe das mal gleich bei Kommentare rein. Das ist übrigens total sinnvoll, das korrekt zuzuordnen, sonst suchen Sie sich da irgendwann den Wolf. Wenn Sie die Sachen nicht in die richtigen Kategorien einordnen, machen Sie sich selbst das Leben schwer. Und jetzt im nächsten Schritt müssen wir das Material auch noch einem inhaltlichen Kapitel im Buch zuordnen. Auch das ist total sinnvoll. Dann packen wir das mal hier bei Contents rein. Dann liegt es nämlich da, wo das Video liegt. Jetzt sage ich hochladen. Dann wird kurz gerödelt und jetzt sehe ich hier unten mein Material 2. Jetzt schauen wir doch mal Contents. Dann Kommentare. Ach guck, hier liegt es. Kurzgeschichte zur Interpretation. Im Medienpool ist das Video, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Das habe ich natürlich zum Medienpool hochgeladen. Ist ja eine Mediendatei. Und hier das PDF liegt jetzt hier. Dieses Dokument können Sie jetzt ganz normal so verwenden, wie Sie wollen. Das Platzieren zeige ich Ihnen gleich noch. Sie können es öffnen. Dann tut sich das, was passieren sollte. Es öffnet sich bei mir der Adobe Reader, mein Standardprogramm für entsprechende PDF-Dokumente. Ich kann das an meine Schülerinnen und Schüler freigeben. Und das zeigen wir jetzt anhand des hochgeladenen Dokuments. Ich kann dieses Dokument in der B-Box platzieren. Wenn ich jetzt auf Platzieren gehe, kann ich jetzt hier meine Seite auswählen. Nehmen wir mal wieder hier Seite 45 oder so. Und dann sage ich Speichern. Und wenn Sie jetzt genau hingucken, stellen Sie fest, dass sich da oben in der Mitte ein PDF eingenistet hat. Das kann ich jetzt dahin schieben, wo ich möchte. Also wenn ich das bei der Erläuterung zu diesem Bild vorführen möchte, dann schiebe ich das vielleicht daneben. Sie können sich damit also Dokumente schon für den Schnellzugriff zurechtlegen, wenn Sie so wollen. Ja. Und hier entsprechend das Dokument dann per Schnellzugriff. Ja, sie ist schon geöffnet. Ich habe den PDF Reader schon offen. Deswegen geht es jetzt gerade nicht. Aber im Unterricht können Sie einfach dann hier aufs PDF klicken, zack auf öffnen. Und dann müssen Sie also nicht hier in den Dokumenten rumwühlen, sondern können sich das schon zurechtlegen. Sie können die Verknüpfung natürlich, wenn Sie sie nicht mehr brauchen, auch wieder löschen. Das löscht natürlich nicht das Dokument, sondern nur die Verknüpfung. Wundern Sie sich bitte übrigens nicht, wenn Sie im Bumblebee oder in Praxissprache, es gibt in manchen Lehrwerken schon vorplatziertes Material. Ne, hier ist das gar nicht. Da sind dann hier schon so gelbe Symbole von platzierten Dokumenten abgelegt. Wundern Sie sich nicht, das ist in manchen Lehrwerken so, weil der Verlag da schon Materialien vorplatziert hat. Ich gucke mal, ob das hier der Fall ist. Ne, hier habe ich jetzt gar kein Buch am Wickel, wo das so ist. Aber nur falls Sie über sowas stoßen, dass da schon so platzierte Dokumente sind. Die sind dann so orange. Das ist kein Fehler. Das ist einfach für Sie dann entsprechend vorplatziert. gewissermaßen. So, Thomas, bist du da? Und kannst du, kannst du reden? Ja, noch kann ich reden. Gut, ich wollte jetzt nur noch kurz was zur Synchronisation sagen und dann, wenn du magst, kannst du vielleicht dann den 100 Tage Lizenzcode vorführen, wenn du möchtest. Wie man den kriegt und was man damit tut. Ansonsten erkläre ich Ihnen noch ganz kurz was zur Synchronisation. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass Sie die B-Box auf so vielen Geräten benutzen können, wie Sie möchten. Sie sind also nicht an einen Rechner oder ein Mobilgerät gebunden. Ihre B-Boxen können untereinander auch synchronisiert werden. Wenn Sie also zu Hause über Ihren Rechner ein PDF hochladen, können Sie am nächsten Morgen auf Ihrem Rechner in der Schule einfach Synchronisation ausführen und dann sind Ihre Dokumente wieder auf dem gleichen Stand. Wie das genau geht, schauen wir uns dann im Aufbau Seminar an. Das ist sehr einfach. Das ist einfach ein Klick. Und das bedeutet, Sie können auch mit Ihren hochgeladenen eigenen Dokumenten auf jedem Gerät arbeiten, was Sie da entsprechend verwenden möchten. So, das vielleicht an der Stelle. Hier nochmal der Link, den kriegen Sie meines Wissens auch in der Mail nochmal mitgeteilt, die Ihnen nach dem Webinar zugeht. Und im Chat. Und im Chat. Und im Chat. Schon wahrscheinlich 12 Mal, während ich hier rede, nochmal gecheckt. Das ist nämlich quasi der, genau der Link. Sie können ihn auch per QR-Code aufrufen, wo Sie dann nochmal gebündelt alle Informationen, also all das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, plus nochmal eine ganze Menge mehr an Infos bekommen. Unter anderem auch die Anleitung, wie das mit dem Einlösen dieses 100-Tage-Test-Codes funktioniert, den Sie im Nachgang bekommen. Kleinen Moment. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob mein Browser den Link aufmachen will. So sieht das zum Beispiel hinter dem Link aus. Wenn Sie den Link aufrufen, dann finden Sie hier nochmal, weil vorhin eingangs auch die Frage kam, die Übersicht der Webinare zur B-Box. Hier unten gibt es die Info, dass Sie einen 100-Tage-Code bekommen, den Sie einlösen können. Und dazu, also wie das geht, finden Sie hier auch nochmal eine entsprechende Anleitung, die Sie hier Schritt für Schritt durchführt durch die entsprechenden Elemente. Sie durchlaufen im Prinzip den Kaufprozess einer B-Box, schließen den Kauf dann aber mit der Eingabe eines Online-Schlüssels. Das ist nämlich der besagte 100-Tage-Code, schließen Sie den Kauf dann ab. Und Thomas, wie ist der Deal immer ab dem Einlöse-Datum für 100 Tage, oder? So ist das. Oder läuft der irgendwann ab? So ist es. Nee, der ist egal, wann Sie den einlösen, 100 Tage lang gültig oder so. So ist es. Aber machen Sie das nicht so lang, der ist nicht endlos gültig, sondern machen Sie das idealerweise in den nächsten zwei Wochen. Denn jetzt sind alle Eindrücke vom Webinar auch noch frisch und es macht keinen Sinn, wenn Sie dann das in fünf Wochen machen und wissen gar nicht mehr, wie alles geht. Also mein Tipp, gleich machen. Genau. Ansonsten hatte ich Ihnen ja gezeigt, Sie können ja auch die Demo, also zu erschienenen Lehrwerken gibt es dann auch eine Demo-Version. Und da können Sie sicher ansonsten auch schon mal ein bisschen durchklicken, wenn Sie jetzt noch nicht genau wissen, was Sie da erwartet. Mit der 100-Tage-Version bekommen Sie die Möglichkeit, eine B-Box Ihrer Wahl wirklich komplett vollumfänglich 100 Tage lang zu verwenden. Der Link, wie gesagt, geht Ihnen im Nachgang automatisch zu an die E-Mail-Adresse, mit der Sie hier entsprechend sich angemeldet haben. Ja, das war's soweit von meiner Seite, würde ich sagen. Ich bedanke mich dann jetzt für den Moment schon mal für die Aufmerksamkeit und gebe für die Fragerunde oder für etwaige Ergänzungen durch Thomas an Selbigen zurück. Ja, vielen Dank an Sascha Dinse für die Vorstellung und vielen Dank auch an Sie alle, dass Sie heute dabei waren. Und ich danke auch ganz herzlich für die vielen guten Fragen im Chat. Es musste etwas schnell gehen an der einen und anderen Stelle. Ich habe also keine Romane geschrieben, sondern mich relativ kurz gefasst. Ich hoffe, es war trotzdem alles verständlich. Falls nicht, haben Sie jetzt die Gelegenheit, denn das Webinar ist offiziell beendet. Und wir bleiben aber noch ein bisschen da, denn Sie können jetzt, wenn Sie möchten, sich per Handzeichen melden. Da ist so ein Handsymbol oben an Ihrer Werkzeugleiste und da können Sie die Hand heben und sich melden und ich werde Sie dann aufrufen in der Reihenfolge der Meldungen. Und dann können Sie gerne per Mikrofon auch Ihre Frage stellen. Dazu einfach Kamera und Mikrofon dann einschalten. Musik 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 Musik